ja und hallo und leute schwarze sie und so ein also dort schon lange das aufgenommen habe also ich will sich irgendwas vergesst und zuletzt habe ich hier oben stehen geblieben und wir fahren weiter ok ok komisch wieso sind die denn jetzt da und zurück sollte ein Fahrrad fahren wir ins Pokemon Center hier soll ich mal eins egal gut dass sie in der Nähe ist das erleichtert wenigstens die Arbeit ok hier ok da rein dann hangen wir die und dann hier direkt raus was macht sich jetzt ok ok wir sind jetzt alle fit los Fahrrad also wir müssen jetzt schütz ich mal da weiter und irgendwo hin ich schaue Frau Obst fragen würde wohin dann wir sind aber nicht ok ok da durch ne da gibt uns auch nichts aber die Stadt muss erforscht werden es gibt ja es gibt ja es gibt was ja super ja super da durch die Mitte das hohe Gras gehört mir allein ne das ist nicht eins und Teenager Do ein ist Sonder er Letzter 4 ich wahre ich ich stamm okay setzen wir mal nitrolade ein außer ob das bei den schaden macht oder nicht und naja schwert uns wiederum nicht nur ich mach so fällig ich weiß schon du sagen willst aber das hohe gras verletzte doch mal hyperwahl ein eimer ein wackelndes gras direkt auszüssen und ein ordo mit fluchter keine lustige seine verfachtes vor doch zu kämpfen was gibt der uns wo du gehst schon du weißt ja wo du mich findest oh schön jetzt möchtest du doch mein gesang lauschen loschen so sehr sehr typisch gewesen und ja nur diesen Pferde es hat so an als ob die Stimme lecken würde aber tut sie nicht und wo wofür das denn dein rein mit dir was hat denn tüdüdüdü ja blub na ja ich bin hier am üben also raus mit dir und so schnell ja rein ich will sehen was alles ja das kennen wir schon ey ne du schmeißt mich schon wieder raus ja super ja super ich hab alle kann ja nicht sein dass mich rausschmeißt 1 euro 36 das will ich nicht ok es geht weiter ich bin ich bin ich bin mir mal die häuser sowas für mich hast du was für mich hast du was für mich hast du was für mich ich bin ich bin ja hast du was für mich ja hast du was für mich ja rück davon aber was raus hast du was für mich hast du was für mich ja wie jetzt ich verarschen was für mich hast du hintergehst mich oh ha 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 es kann auch nicht sein du hast du was nicht hast du was nicht hast du was nicht da war das beschwore nicht zu hören wo ein Zitronbärer die nehme ich an den Gericht noch nicht fertig gemacht jetzt dabei nichts Müller Müller wäre bestimmt auch nichts Sturz für mich Sturz für mich hast du gesagt ich hab mir all ihren Namen gemerkt wie gelbter Barke komisch naja was will man da machen ja noch ein Haus das was dann dieses hier noch hast du was für mich oh das hätte ich mir merken sollen ok da du nicht dadurch ich will darüber da ist jemand da war ich fällig und mich der der interessiert mich ja ja ein traurige Melodie wie diese betrübt mein Herz ein eisiger nachtwind lässt mich fruste weiter aus meinem mund kommt nur noch diese tristen töne oder klang über mein leben das im momenten nicht so toll ist die dorfbrücke scheinen solche der typen liebisch anzuziehen die joh hast du was weil ich glaube die Leute die hier rum singen und so die sind das das ist dass die die dabei dann es ist die er er der die 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 Okay, Drissla Leg ich da Ne, Trorado Okay, jetzt ist der down Und Und fast 2.000. Haar erledigt. Geneift. Dennoch. Mein Aufschlag hat eine Geschwindigkeit von 200 kmh. Die Attacken meines Vorkommens werden dich genauso schnell treffen. Ja, Hetzurgen. 200 kmh, ne? Affe halt. Werner. 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 Oder schon. Werner. Elf. Elf. Leg ich auch down. Ein Minitrolado bei beiden. Das reicht schon. Und. Oh, down. Ha. Ach, schade. Ich wollte nur ein paar. Fuck. Nicht fuck, meinsch. Die Stadt hat mir nichts zu geben. Aber was denn? Heute will es einfach nicht werden. Das Mikrofon ist kaputt. Meine Stimme ist der reinste Engelsgesang. Komisch. Na egal. Oder warte mal. Da ist ja noch einer. 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 Miguel, wie fit ist dir dieser Klang? Spürst du, wie er das Herz ergreift? Nö. Nö. Ha. Hast du schon nicht können. Wie kann man den AP plus wegschmeißen? Noop. War auch nicht für mich. Der Eimer. War auch nicht für mich. Das heißt dann auch Trainwrecks. Hiti. Und direkt gegen einen Trainer. Ja, das sagst du immer. Zischter Norena. Norena. Ha, Emolva. Komm, geh mal perfekt. No. Umdenken. Ein Walzer und es ist da. Ja, das bringt mich noch um. Jo, fast. Ja, super. Flammerichs wird so und so dauern gehen. Genau wie ich es sagte. Es ist dauernd. Ryan, du musst Dutsch halten. Genau das Fall schon habe ich gerufen, ey. Fällt mir gerade im Moment drauf. Und Ryan hat sogar viel Energie gelernt. Gucken wir uns. Wus ich gar nicht. Aber egal. Unsere Attacke. Dunkelklaut muss uns helfen. Und. Ja, wir haben. Wir sind paralysiert. Aber Hauptsache. Emolka ist da. Und Ryan ist da mit 8 und 4, sieh ich. Ja. Gut, das ist ja okay. SP-Verteidigung, SP-Angelegenheit auf mein'nicht. Altaria. Krieg wechseln. Ja, die rückwechseln. Oh, gegen... ...Bericht. Ja, nehm wir mal... ...mal... ...Jesu. Schon lange nicht mehr. Ich hab schon lange nicht mehr gekannt. Ein Elektro-Bereich schon auch so... ...bestimmt... ...weil... ...teile erlaubt, wenn ich... ...wenn ich mir mal so überlege. ...und... ...und... ...naja... ...wenn ich jetzt gerade auch noch schon... ...wenn ich jetzt frage ich mich im Moment. Also, ich rück wieder, ey. ...droberlein. Also, Leute, ich muss dann hier mal... ...Cut machen. Also, bis dahin, tschüss. ...wenn ich jetzt rauskomme... ...wenn ich jetzt rauskomme... ...wenn ich jetzt...